Und jetzt geht's los, eine Runde Rocket League und zwar Schneefrei habe ich gewählt. Ich fand das letztens so toll. Und da geht's auch schon los. Ne, doch nicht. Pff, ich bin falsch gedrückt, sorry. Mei, wo ist er denn, der Bug? Über mir. Wie über mir ist er? Boah, Zerstörung. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn da oben, Mann? Mann, 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 wo ist er denn jetzt? Leute, Leute von heute. Das wäre ein Tor gewesen. Na, also heute hat ich noch gar keinen drüber hier. Oh, geh rein. Kann ja wohl nicht sein, oder? Das kann ja wohl nicht sein, aber kurz vorm Tor, fricke. Das ist aber das Tor, was ich wählen muss, oder? Ach, nee, ich muss ein blauer Tor wählen. Ha, so ein Mist. Na gut, okay. Dann weg mit dem Ding. Ha, ha. Und schnell, fahr. Mann, 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 das schaut ja heute wieder ganz knibbelig aus hier. Mei, oh, mei, oh, mei. Da wird was geboten heute wieder. Nein! Und das ist ein Tor gewesen für den Gegner. Schade, aber gut. Und los geht's. Ja, und wir haben einen Treffer gezielt. Also an diesen Backmai. Und wir folgen wieder diesen dollen Ding. Wo ist er denn eigentlich hin? Ich seh den gar nicht. Oh, nein. Das kann ja wohl nicht sein. Und schon wieder ein Tor. Jetzt geht's aber zur Sache hier bei Team Blau, hä? Ha, ha, meine Güte. Und nochmal die Chance auf ein Tor. Und, boah, und wieder abgeschmettert. Mei, meine Güte. Wo ist er denn wieder hin, das Ding da vorne? Nein, bleibt draußen, bleibt draußen. Und wieder ein Tor. Mann, Mann, Mann. Und da ist Land auf den Kopf. Ha, ha. Auf den Kopf gelandet. Hm. Passiert. Und los. Und, ah, das kann ja wohl nicht sein. Voll abgeschmettert hier. Von den Gegnern. Und, Mann, Mann, Mann. Die sind aber auch ganz schön rabiat, muss ich sagen. Rabiade Gegner hier. Nein, das ist er schon wieder. Oh, wo ist denn dahin der? Dingerisch. Back. Meine Güte. Die letzten Minuten laufen. Drei Minuten noch. Bis zum entscheidenden Ergebnis. Entscheidenden Ergebnis, genau. Und, und, nein. Schon wieder ein Tor. Das kann ja wohl nicht sein. Boah, das kann ja wohl nicht sein. Da hat er aber a speed drauf, der Back, ey. Wow, wow, wow. Und los, 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 los. Nein, er war schon abgedrängt. Und, ach, das kann ja wohl nicht sein. Oh, Leute. Ist denn, ich sind schon, aber die sind aber auch, hä? Alter, das sind die, die sind aber auch ganz schön. Ganz schön rabiade, die Jungs, du. Oh, meine Güte. Nein, das geht ja gar nicht, Alter. 0 zu 5. Das kann aber nicht sein. Also, heute geht's richtig zur Sache hier, Leute. Heute geht's zur Sache. Der Gegner lässt nichts aus. Und, los. Oh, da war gut. Nein, da war gut. Oh. Die sind das erste Mal ein Stückchen näher am Dor. Mensch, Gott, ob wir es halten können. Wir wissen es nicht. Wir sehen mal, was wir machen können. Und, wo ist es denn jetzt wieder, der Back? Ah, wo ist er denn hin? Ich seh ihn ja nicht. Ach, sag mal, hallo. Fahrt mal nun da nicht oben. Oh, da ist er auch schon wieder weg, der Back. Nein, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Ist der Hammer, oder? Wie macht denn der, der Sein Junge? Und, los, 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 los. Nein, ist er schon wieder weg. Ist es gar nicht wohl nicht sein. Ist er echt der Hammer, ey. Wo ist denn das Ding jetzt? Das Ding, wo ist das Ding? Da vorne. Alter, das geht ja gar nicht, ey. Das geht ja gar nicht. Ja, manchmal hat man halt Bäsch, manchmal Glück. Und, da ist er auch schon wieder drin. Wow, ist der Hammer, oder? Ist der Hammer, ey. Hm, na ja, kann man nichts machen. Dumm gelaufen halt. Wir geben trotzdem nicht auf. Wir versuchen unser Bestes. Und, na ja, wir werden halt wieder weggedrängt. Aber was soll's? Wir geiern dann daher. Hinter diesen Back. Nein, da ist er schon wieder drin. Ich krieg' nen Hals. Ich hab da mich reingeschoben, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, ich hab ihn weggedrängt. Nee, hab ich nicht reingeschoben. Okay. Oh, ich hatte mal Ballkontakt gehabt. Das kann ja mal nicht sein. Wahnsinn. Wo ist er denn schon wieder? Hallo, bist du schon wieder hin? Ne? Hallo, hallo, hallo. Was ist er denn? Nein, was ist er denn? Bin schon wieder vorne wahrscheinlich, ey. Ich wusste doch wieder vorne beim Orange-Handor. Und die Zuschauer jubeln. Und sie, wir sind begeistert. Oh, nein. Das wird doch doch nicht ein Door noch werden. Das wird doch ein Door noch werden. Nein. Oh, das kann ja mal nicht sein. Und wieder ist er weg vom Door. Oh, das gibt's aber nicht. Das ist jetzt aber schon etwas traurig irgendwie. Das war ein Scherz. Aber nee, ist halt, ähm... Ja, mh, ärgerlich. Und nochmal haben wir die Chance auf ein Door. Und wieder nicht. Und, äh, ärgerlich, auf, ey. Die sind halt irgendwie ein bisschen... Ja, weiß nicht. Besser drauf, kann man sagen. Ne, die Jungs? Weg hier. Weg hier von dem Ding. Nein. Geh weg. Und dann wirst du angerempelt. Ne, die Versuchung. Ach, halt, ne? Das Ding wegzuhren. Oh, nein. Boah, 0 zu 10, ey, Leute. Das ist ja der Hammer, oder? Der Wahnsinn. 46 Sekunden noch. Und es naht das Ende. Das böse Ende naht. Oh, das hast du keine Chance, gell? Keine Chance hier. Das gibt gar nicht, ey. Und jetzt kommen wir mal. Ein Dorf jetzt blauer vielleicht? Oder ist das, ähm... Nichts mehr heute, ja. Fürs blaue Team. Äh, ist Orange, da meine ich. Sorry. Weg hier. Nein. Oh. Wo ist denn das scheiß Ding jetzt wieder? Geh weg, Mann. Oh, das kann ja auch nicht sein. Tja, ist ja Hammer. Das hätte ich aber auch noch nicht. 0 zu 11. Und so kurz aneinander alles, ne? Ja. Komm her, du. Nein. Oh. Ja. Wir haben ein Dorf. Ich glaub's nicht. Ein beschissenes Dorf, ey. Wahnsinn. Oh, wir haben noch 5 Sekunden Spielzeit. Wahnsinn. 5 Sekunden noch. Oh, Wahnsinn. Ich glaub's ja kaum. Und? Und? Das war's. Ei, ei, ei. Das war ja ein cooles Match. Ich würd sagen, bis gleich. Adieu. submarine. niewllen. Dieрен. агa. Dieel. Butler. ��atabricker. Ich Kann, ja. aus. Die. Die I... Die. Viens. Und da. ficou verb firmware. Vielen Dank.